Ach was, Caillou ist echt cool, muss ich sagen. Kann ich mir schon vorstellen, aber wie gesagt... Ja, Freunde, diesen Witt aus... Was ist los? Alles gut. Vielen Dank und wir sehen uns beim Shorts von Katja. Abfängt zu schreien, ich weiß nicht, worum es geht, also ich würde es gerne sehen. Das geht nicht, ich bin wieder einfach nur runtergefallen, aber ich habe so... Was war das? Das war einfach ein Kampfschrei, also... Das ist auf jeden Fall, das bin ich. Das bist du, das passt doch zu dir. Aber das Beste ist halt, ich komme einfach nur nicht weiter, weißt du, ich schreie einfach nur so rum.